Wieso wollen wir das jetzt klar, dass das von Jeremy ist? Keine Ahnung. Da ist ne... Vorsicht! Na? Oh, oh, oh! Oh Gott, diese Auto-Jump-Funktion. Hätte mich fast fast an den Arsch gefickt. Weil das Ding funktioniert auch, wenn du von hinten auf einen... Ja. Also wenn du so seitlich auf einen aufgehst, dann wäre ich fast... Fast aus der Festung. Was ist das? Hier sind wir, das Skelett. Oh. Oh, da hinten ist der Gas. Kopf! Kopf! Rechts ist der Gas. Du machst das, ne? Ich habe keine Pfeile mehr. Du machst das nicht mehr. Ne, ne. Ähm, 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 ähm. Komm, ich schlag den jetzt zurück. Äh, ich... Du machst das schon. Ich bin am Fahren. Jojo. Na? Na? Oh, oh, oh! Zurückgeschlagen! Oh, MLG! Juhu. W-w-w-w-, wenn du, w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w Ich bin in Roter gefahren. Er hat mich in Farmen. Was weiß ich, ob ich diesen Satz hier schon in diesem Projekt gesagt habe. It looks like it's time to farm up. Time to farm that queue. Wo kannst du? Irgendwo muss man auch Autojump ausstellen können. Also ich bin... Autojump on! Autojump auf! Ey! Ey! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Wo ist das? Hä? Wo ist das? Controls. Und dann oben rechts. Autojump aus! Oh, tut das gut! Ich möchte, dass du in dem Titel dieses Videos Autojump Flames... Ich besteh ja drauf. Okay, also... Bullshit out! Da ist noch ein Wisserskelett! Oh! Oh, jeb 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 jeb! Jeb den Kopf! Jeb 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 jeb! Kopf! Helm! 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 Hat er den Kopf gedroppt? Scheißvieh! Kack! Garst! Ja, lass ein Garst, Garst sein! Die spawnen dann am Festungen? Ja! Okay, warte, wir finden jetzt hier noch einen Kopf. Alles klar! Wir suchen noch ein Skelett und dann können wir die Folge schon beenden. Okay. Hättest du dann noch Bock auf eine oder willst du sagen, ist genug? Danach müssen wir Leute spielen, tut mir leid. Okay, okay. Danger! Danger! Ich hab so wenig Blöcke. Diese Gefahr muss gebannt werden. Das ist, glaub ich, auch natürlich sehr schön, dass wir hier die halbe Festung ausgefackelt haben. Weißt du? Ich bin hier so ein bisschen rum. Ja, auch kurz so ein bisschen. Oh, Trude! Hi! Du hast da hinten auch schon geguckt. Ja. Hätt mich auch irgendwie schon überrascht, wenn nicht. Also, die Festung haben wir eigentlich komplett erkundet. Hey, Tim? Ja? Weißt du, was da gerade für eine Musik bei mir lief? Was denn? Ein Remix von Undertale. Ah, ja. Super Spiel. Ja. Hab's aber leider noch nicht komplett durch. Muss... Arbeite ich noch dran. Ich will ja sogar überlegen, irgendwann mal ein Undertale-LP zu machen. Ja, kannst ja machen, wenn du Bock drauf hast. Ja, aber auch hätte ich schon drauf. Ey, hier ist eine Truhe, die noch nicht gelootet wurde. Was? Ja. Was war denn? Ein Iron-Horse-Armor und ein Gold-Horse-Armor. Wow. Please tell me more. Da hinten ist noch eine Truhe. Wurde die schon gelootet oder wurde die noch nicht gelootet? Wurde auch noch nicht gelootet. Und da ist sogar ein Diamond-Horse-Armor drin. Oh, okay. Ja, ja. Alles schon erkundet. Ja, ja. Ja. Oh. Booms. Oh. Okay, hier waren wir echt noch nicht. Skelett. Falsche Art von Skelett. Und da hinten die richtige. Oh, da hinten. Ich seh's. Da oben. Obendrauf. Oben drauf. Da, da, da ist auch noch eins. Ja. Aber rechts oben drauf ist auch noch. Kopf. Kein Kopf. Kein Kopf. Okay, gehen wir noch zu dem da oben hin. Gehen wir noch zu dem da oben hin. Wir wollen einen Kopf. Oh. Oh. Was? Da war ne Blaze. Da war ne Blaze. Also, du bist schon da. Oh, da hinten ist ein Blaze-Spawner. Ein Blaze-Spawner? Easy. Ich glaub, da hinten sich schon das nächste Skelett. Oh. Ah, das ist schon runtergekommen. Freiwillig sogar. Ich hab keinen. Ah, ich auch nicht. Okay, warte. Nee, ich glaub hier unten lang. Okay. So, komm hier hin und schau mal in diese Richtung. Äh, ja, da sind Blaze-Spawner. Alter, wie groß. Da oben war doch ein Skelett. Ich hab's gesehen. Ja, ich weiß. Das hab ich eben gemeint. Oh, da hinten ist gerade noch eins gespawnt. Oh Gott. Ah. Ich brenne. Äh, am besten bauen wir den Spawner ab. Kann ich einfach zubauen. Trinkt herzlich wenig. Aber wir haben noch einen Spawner in der Nähe. Den haben wir. Der ist letzter zum Farmen. Okay, da hinten ist auch noch eins. Ich glaub dieses Kack-Skillett war hier oben irgendwo. Warte, warte. Da hinten ist auch ein Blaze-Spawner. Ja, den hab ich. Da sind viele Blaze-Spawner. Das ist krass. Oh, lol. Was ist? Ich hab ne Truhe mit 3 Dears und 6 Gold. Morning, Macon. Make it rain. Morning, Macon. Make it rain. Warte, ob ich wirklich nicht so fett draufgehen, wenn ich in Lava falle. Also schon offen. Weil ich in Lava falle. Wo bist du? Peace. Thronen looten. Äh, den Sattel kann man mitnehmen. Warte, Tim. Ich glaub ich hab dich grad eben gesehen. Okay, ich bleib stehen und mach währenddessen noch mal mein Spiel wieder ein bisschen heller. Ach so, ist doch gleich viel besser. Ich geh grad ein bisschen nach oben. Guck mal, ob wir hier was ist. Ey. Du hast eben ne Netherback-Brücke gebaut, ne? Äh, ja. Weiß noch wo die ist. Oh ja. Also das ist noch ein Blaze-Bowner? Weiß hab ich mal gemacht. Aber ich glaub das ist noch nicht mal der Einzige, der hier irgendwo noch... Ja. Duftet. Ich brauch hier mal so ein... Paar Blaze-Bowner baue ich mal ab. Weil das einfach zu gefährlich ist gerade. Die Dinger sind noch nicht gefährlich. Oh nein nein. ein einziger pfeil gehen wir weg ein taktischer rückzug praktisch taktisches fleisch essen weiß das eine show gewesen wäre wenn wir mal einen feuerresi trank mitgenommen hätten ja das ist immer ganz ganz gut okay ja ich weiß nicht hast du die eben schon ja das ist die mit den dios gewesen ja nein gold gold dünn der watsch noch mal der watsch kopf warte wird sich jetzt feststellen Nein. Aber krach. Ich geh drauf. Will nicht drauf gehen. Oh. Oh. Ihr habt mich nicht gesehen. Hey, hier sind Pfeil. Oh. Ihr seht euch rasiert. Hi. Hallo. Mann, man hat ja echt viel zu entdecken. Mhm. Also dass die Festung so groß ist, hätte ich nicht erwartet. Siehst du. Immer wieder gut, wenn ich dabei wäre. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Das ist natürlich auch sehr. Oh. Oh. Magma Slime. Yip, 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 yip. Oh. Ein großer. Yip, 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 yip. Yip, 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 yip. Hat er gerade einen Tobi gespawnt? Man könnte jetzt meinen, dass das tatsächlich blöd war. Hast du alles bekommen? Ja, du hast alles bekommen. Wie viele Maka-Creams hast du? Keine. Ich auch nicht. Oh, das war ja schon fast. Also, Tim, wir konnten. Nein, die haben nichts bekommen. Noi. Alter, Alter. Das ist natürlich GG. GG. Das Würfel-Meta hat entschieden. Wir bekommen gar nichts. Ey, hier unten. Hier unten waren wir noch nicht. Kopf! Kopf, 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 kopf. Yip, 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 yip. Kein Kopf. Kein Kopf. Mann, ich würde nur noch einen Kopf brauchen. Verdammt, ich habe gerade aus 22 Netherworlds insgesamt bekommen. Und ein Goldschwert. Wow. Das hat sich ja schon fast gelohnt. Ein ganzes Goldschwert? Ja. Uncool. Lava, uncool. Also, ich habe eine Diapherde-Armor gerade gefunden. Ja, die hätte ich von dir auch noch gefunden. Und ich habe Lava gefunden. Darf ich dich mal schocken? Lol, Tim? Ja? Was ist das da unten? Das sind, glaube ich, diese Magma-Blöcke. Das ist neu. Am liebsten würde ich da jetzt mal gerade hingehen, aber nicht mit den ganzen Blazers da oben. Und dem Gas, der da auch noch irgendwo ist. Ach, der ist zwar langweilig. Der ist unwichtig. Der schüppelt hier auch noch. Boah, ich habe keine Pfeile. Das hätte ich hier auch sagen können. Echt? Oh mein Gott, ist das gefährlich. Ein bisschen abhängig. Nein, guck mal hier. Komm mal hier. Guck mal da, was siehst du da? Ne, war. Lol. Alter, ist das asozial. Das ist super gefährlich. Oh mein Gott. Ich baute da kurz den Sicherheitsblock hin. Kopf, 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 Kopf. Kopf, Kopf. Undtles. Wo machst du es, ne? Jo. Kopf, Kopf, Kopf. Kopf, Kopf. Erfolge. Oh, Slime, Fett, ist auch ein Slime. Alfan, Slime holen wir noch, dann können wir die Folge beenden. Der steht genau zwischen diesem Fett. Und über der ... Na, komm, 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 komm herüber, der Fettsack. will die nicht ich will nicht nach stoßen oder steht das schon eins ist ja ich habe auch eins liegt also ja mein inventar ist voll back to base back to base ich hab keine ahnung wir rennen jetzt einfach mal ein bisschen da also wenn wir in dem ersten teil von der festung wieder sind dann ist es easy hier hast du dich eben aufgebaut einmal auf dem lauf und zum glück können die teile nicht aimen run for us run ok sind wir wieder da ja ich will es hier nur noch drauf vielleicht gehen wir doch lieber rein ok wir sind wieder back in business ja ich glaube ich kann jetzt gleich back dann schon in zwei folgen schneiden ja dann geben wir das loot verteilen dann war es glaube ich auch das verwirrst du wir haben kopf bekommen können die shisha bauen ok du führst mich hast du diesen mighty sicherheitsblock da gesehen ohja der ist so mighty da kann nichts mehr schief gehen kannst du wirklich nicht es wird bestimmt ein lava skripieren das teil ohja alter genau im ausgang ist noch so ein teil ok es hat geschossen schnell ok es fokussiert dich alles klar nix hier weg leben am limit ich fühle mich fast wie in mexiko alter ja no aces überhaupt nicht ja wir müssen auf jeden fall mal einen besseren eingang hier hinbauen ach ne also das ding ist wenn das ding jetzt kaputt gehen würde stell dir vor das teil konnte sind noch nachgeflogen und kickt uns jetzt in die lava ja der teil nachgeflogen macht das brutal kaputt was nicht schlimm wäre ich habe ein feuerzeug dabei ja ok alles klar nochmal kurz loot einsortieren und dann das wurfometer schlägt voll aus jo alter ist doch richtig wir haben einen kopf ähm hier ist die nethertrohe cobblestone kopf das geile ist wir brauchen insgesamt 12 von diesem kopf köpfen weil wir den ein paar mal besiegen wollen den wua ähm das kommt hier rein ja wir haben schon so ein bisschen zeug angesammelt äh dom ich tue hier immer alles die kiste was ich habe den ganzen inventar entleer ich einfach mal da rein bis auf diese potion die waren da schon drin aber ich wollte gerade gesagt ja aber ne warte meine rüste die kiste die kiste die kiste ja ja alles klar aber auf jeden fall danke dass du heute dabei warst easy immer doch immer wieder gerne Dann hast du dir heute deine Runde neu verdient. Zeit ist zu fies. Alles klar. Spiel wir dann gleich mal Aram? Ach ja, Aram, Hexakill, irgendwas. Oder beides. Alles klar, Gott. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.